So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gota Lokalfernsehen und von Südthüringen TV, dem Fernsehen, das auch im Wattburgkreis ausgestrahlt wird. Ich sitze hier im Proberaum der Thüringen Philharmonie Gota Eisenach und neben mir sitzt ein Künstler, den der ein oder andere vielleicht schon kennt, aber nicht alle. Es wird der Artist in Residenz der neuen Konzertsaison 2023-2024 sein. Reinhold Friedrich sitzt neben mir. Gerade für das erste Konzert, das in der vergangenen Woche stattfand, hat er die Proben gemacht. Und wie ist der erste Eindruck von der Thüringen Philharmonie? Ist ja nicht der erste Eindruck. Ich war ja schon Solist vor zwei Jahren und da haben wir diesen Plan gebacken, dass wir jetzt intensiv zusammenarbeiten. Wir haben einen ganz tollen Kontakt. Ich erreiche alle Musiker ganz nah und direkt. Und der Chefdirigent Markus Huber im Zusammenspiel mit dem Orchester mit mir, es ist eine einzige Party. Ein Trompeter als Artist in Residenz ist aber jetzt auch nicht alltäglich, oder? Ja, das ist was Besonderes. Ich habe das auch noch nicht so oft erfahren. Ich war zweimal schon Artist in Residenz in anderen Orchestern, aber es ist tatsächlich was ganz Besonderes. Und man kann mal das ganze Trompetenrepertoire von ganz alt, 16. Jahrhundert bis ganz neu, zeitgenössische Musik, aber auch die Klassiker in der Klassik, wie Heiden, Hummel, Beethoven oder die Romantiker, alles zusammenpacken in einem riesengroßen Blumenstrauß. Sie gelten ja als einer der besten Trompeter Europas. Ist das zu viel gesagt oder schmückt man Sie da mit falschen Lohbeeren oder wie sehen Sie sich selber? Also ich spiele auch außerhalb Europas. Auch außerhalb Europas. Ja, also es gibt eine ganz große Anzahl von wirklich tollen Kollegen. Aber was da dran richtig ist, ich spiele jetzt seit 40 Jahren auf allen Bühnen. Und es ist ein großes Vergnügen, mit immer neuen Leuten, mit immer neuen Musikern in Kontakt zu treten. Und dann gibt es natürlich lokale Unterschiede zwischen Spanien und Norwegen und zwischen Großbritannien und Warschau. Die Musiker ticken anders. Hier im Zentrum Europas, würde ich mal sagen, ticken sie ganz besonders toll in Thüringen. Und ich denke mal, wir bringen diese Residenz hübsch nach Hause. Bleiben wir mal ganz kurz beim Thema Trompete. Wann wussten Sie, ich will Trompeter werden? Das klingt wie eine abgedroschene alte Geschichte. Ich war sieben Jahre alt, kam vom Cowboy- und Indianerspielen verschwitzt bei meinem Freund im Wohnzimmer an. Und er hat gesagt, du, wir haben so eine Schallplatte. Für alle Jüngeren, es gab früher so schwarze Scheiben, die drehten sich. Und dann kam da Musik raus. Also der hat das Ding aufgelegt und dann kam das zweite brandenburgische Konzert. Ich bin zu meinen Eltern nach Hause gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Trompete. Ich bin Trompeter. Und wie haben Ihre Eltern reagiert? Die haben mir eine Trompete geliehen. Und dann durfte ich mal auf einer geliehenen Trompete spielen. Und der Rest ist Geschichte. Also ich habe diesen Plan, dieses Stück zu spielen, nie mehr aus den Augen verloren. Mittlerweile habe ich das Stück fast zehnmal auf CD aufgenommen und habe es vielleicht 500, 600 Mal im Konzert gespielt. Was macht das Stück aus? Warum hat Sie, was glauben Sie jetzt rückblickend, hat Sie das so fasziniert? Das Stück, und das werden alle, die es kennen, bestätigen, das Stück hat so eine Qualität wie Licht. Das ist wie ein Lichtstrahl und das hat mich tatsächlich damals so getroffen, als wäre ich so, pam, wie eine Leuchte. Und die Energie von diesem Stück, das ist wirklich wie Energie eben, Licht ist Energie. Und das ist das Stück. Was macht denn die Trompete als Instrument aus Ihrer Sicht aus? Wenn Sie einem Laien wie mir was sagen würden und sagen, okay Herr Schulz, ich erkläre Sie mal in drei Sätzen. Ganz einfach, die Krone der Evolution der Musik, das ist die Trompete. Das ist das Instrument, was ganz oben steht, das fängt an mit Schlagzeug. Das ist so das im Zeitalter der Neandertaler. Und dann kommt irgendwann mal der Pianist, der Geiger, dann kommt der Oboist und die Krone der Schöpfung, das ist die Trompete. Warum? Ganz einfach, Johann Sebastian Bach, den Sie ja hier in dieser Gegend besonders gut kennen, schreibt die Trompete immer oben in der Partitur. Warum? Damit sie zu Gott am Nächsten ist. Das ist kein Witz. Das ist Tatsache. Was muss man denn beherrschen, um Trompete spielen zu können? Brauchst du ja einen großen Luftumfang? Kann es jeder oder jede? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin ja nun nicht das Twiggy-Modell. Aber ich habe eine Studentin, die hat den wichtigsten, größten Wettbewerb gewonnen und die kriegt mal so 50 Kilo auf die Waagschale. Also das hat damit nichts zu tun. Das geht immer um Fluss von Luft. Es geht wie beim Singen. Hier sind die Stimmbänder, hier sind unsere Stimmbänder. Es geht immer um die Schwingung, die durch Luft verursacht wird. Und das hat nichts mit dicken Muskeln zu tun und es hat nichts mit Kraft zu tun. Es gibt kleine Kinder, die mit vier, fünf Jahren Trompete spielen. Und ich glaube, das ist förderlich, weil die entwickeln sich gut. Die müssen atmen und atmen ist gesund. Sie haben vorhin gesagt, die Orchester in den Teilen der Welt sind auch unterschiedlich. Wirkt sich das auf die Art und Weise aus, wie man Trompete spielt? Ja, also hören Sie sich mal die Mariachi-Trompeter in Mexiko an. Oder die Trompeter in der Tchaikovsky-Sinfonie, wenn das Mavrinski-Theater in St. Petersburg spielt. Oder die Trompeter von der Scala, wenn die Verdi spielen. Oder die Berliner Philharmonika. Das sind ganz andere Klänge. Und das hat schon eine lokale oder eben eine nationale Ausprägung. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie das schon 40 Jahre machen, auch als Profimusiker, so viele Jahre dabei sind. Muss man da noch üben? Das ist eine gemeine Frage. Wissen Sie, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann merken es meine Schüler. Wenn ich drei Tage nicht übe, dann merke ich es das Publikum. So ist der Algorithmus dieser Geschichte. Also ich muss jeden Tag minimum zwei Stunden üben, um so das Notwendigste an Fitness zu erhalten. Ein Radfahrer, der die Giro d'Italia macht oder die Tour de France, wenn der einen Tag nicht trainiert, dann fährt er nicht vorne mit, sondern im Mittelfeld. Wenn er zwei Tage nicht trainiert, dann fährt er hinten. Profimusiker ohne Ladenschaft, geht das? Also dann bitte den Beruf wechseln. Sofort den Beruf wechseln. Weil das ist unsere Hauptspeiseleidenschaft. Ich meine, Musik appassionata, das ist Leidenschaft pur. Was man Ihnen auch unbestritten anmerkt, was mir aber dabei auch mal durch den Kopf ging eben, ist Ihnen bei einem Konzert mal die Luft ausgegangen? Und Ben, wie macht ein Trompeter oder wie kann man das überbrücken? Gar nicht, oder? Also dann hat man schlecht geplant, würde ich mal sagen. Also normalerweise gibt es in einem Musikstück immer Phrasen und am Ende von einer Phrase ist eine Atmung. Und wenn man das irgendwie falsch plant, dann ist es vielleicht genauso peinlich, wie wenn man ein Auto fährt und so vier Kilometer vor der Tankstelle ist Ende. Also das macht man wahrscheinlich nicht so häufig, weil es keinen Spaß macht. Dann haben wir ja schon darüber geredet, dass Sie Artist in Residence sind der Saison 2023-2024. Die ersten Konzerte sind in der vergangenen Woche vorbei. Über die Resonanz können wir nicht reden, weil wir ja vor den Konzerten dieses Gespräch schon aufgezeichnet haben. Aber was erhoffen Sie sich? Was soll beim Publikum haften bleiben? Also ich habe das Publikum ja schon mitgekriegt vor zwei Jahren. Und das war eine sehr, sehr freundliche Aktion. Und was haften bleiben soll, ist, was für eine Vielfalt, was für ein Reichtum dieses Instrument hat. Weil wir sind wirklich ein bisschen Nischeninstrument. Die Trompete ist zwar in den Musikschulen eher ein populäres Instrument, aber mit dem Repertoire sind wir doch ein bisschen Nische. Ich denke, wenn die Leute ein bisschen, wenn sie ein paar Konzerte hören, dann kriegen sie den Eindruck, was Trompete alles sein kann. Wir sprechen von Louis Satchmo, von Jazz, über eine Sinfonie von Gustav Mahler bis hin zum barocken Trompetenkonzert oder Jauchztet Gott in allen Landen. Es gibt so ein breites Spektrum. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Hand aufs Herz. Fühlen Sie sich manchmal ein bisschen unterschätzt? Auch jetzt nicht als der Mann, Reinhold Friedrich, sondern als Trompeter, stellvertretend für alle Trompeter? Also ich fühle mich da, wo ich gerade bin, sowas von wohl. Ich möchte nirgends woanders sein. Und wenn es denn so wäre, dass ich mir es nochmal aussuchen könnte, nochmal auf diese Erde zu kommen, dann würde ich genau das Gleiche nochmal machen. Tja, passendes Schlusswort würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn nicht als Trompeter, dann als schlanker Moderator. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auch in Südthüringen, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie dem Südthüringen TV treu, bleiben Sie dem Guter Lokalfernsehen treu. Wir verabschieden uns mit einem herzlichen Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank.